Wir sind hier, um etwas Neues zu beginnen, etwas unheimliches, etwas unheimliches, etwas unheimliches, etwas unheimliches. Es ist geradezu das Geschäftsmodell der Banken darauf zu setzen, dass im Krisenfall die Staatengemeinschaft zur Rettung herbeigerufen wird. Es gibt kein Geld, kaum Arbeitsplätze. Ich persönlich überlege mir ins Ausland zu gehen. Resistenzio! Resistenzio! Warum machen sie das, wenn wir delinquen? Das ist unsere Hause! Ja, das kann man! Ja, das kann man! Menschen, Firmen, Regeln, jeder hat keine reserves leften. Das ist schlecht, dass Covid-19 die einzige cause der Krise ist. Die überinflationen Asset Prices, die Probleme des Banken, die Probleme des Debt. Sie waren es essentiell, wie wie ein Wälder, wartet für ein Wälder. Das ist wie ein PIN, das in einer enormen Böden ist. Das ist wie ein Wälder, das in einer enormen Böden ist. Das ist wie ein Wälder, das in einer niedischen Erkennung rausgeistt.